Beim Abschiedsessen im Kina-Restaurant für unsere geliebte Maus zum Andenken. Liebe SVN-Freunde, wie manche mitbekommen haben, ist unsere Maus gestorben. Und es ist uns schon sehr nahe gegangen, also wir haben wirklich trotzdem was er geheult am Sonntag. Aber leider, 15 Jahre war sie alt und uns hat wirklich viel, viel Freude bereitet. Und jetzt haben wir heute zum Abschied. Jetzt sind wir mal zum Chinesen gegangen, zum Essen. Aber ja, bei Chinesen müssen wir auch Chinesen essen gehen. Und wir haben an unsere Maus gedacht und essen. Und auch hier in Asien war heute das Essen also wieder wunderbar. Wir sind also froh, dass wir auch jetzt nach, man kann ja nicht nur sagen nach der Corona-Krise, aber dass wir jetzt wieder mal essen gehen können. Und ja, war sehr schön. Und wir danken dem Asia World Team, dass sie auch sehr schön gekocht haben für uns. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und wünsche meinen kleinen Mausi. Wir sehen uns auch noch mal. Wir sehen uns jetzt in der nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020